Tag YouTube! Im heutigen Video geht es wieder um das Thema Blackmagic Kamera. Bis zur Auslieferung vergehen noch einige Wochen, aber ich habe ein paar Gedanken gemacht. Zum einen gibt es ein erstes Testvideo, das kann man sich anschauen. Verlinke ich mal hier an Seiten und in der Videobeschreibung. Dann ist dann noch der Punkt, es gibt Moenchan ja ein Produkt, das Movi kostet 7500 Euro oder 15.000 in der großen Version. Das ist gedacht für klassische Spiegelreflexkameras, DLSRs. Es gibt auch ein kleines DIY-Projekt, damit kann man eine GoPro, also eine Kamera bis zu 200 Gramm, entsprechend stabilisieren. Was mir momentan fehlt für meine Blackmagic wäre eine Zwischenlösung, also so eine Stabilisierungseinheit. Für Kamera Gesamtgewicht sagen wir mal 500 Gramm oder ein Kilo. Mit zwei Freunden belege ich so ein Produkt mal zu bauen, auf der Basis der DIY-Lösung. Wird euch sowas interessieren? Das ist so gesehen die heutige Zuschauerfrage. Ich freue mich dazu auf Kommentare, Daumen hoch, was euch sonst noch so dazu einfällt, um euer Beifall oder euer Missfallenausdruck zu verlangen. Das war's für heute. Tschau.